Altwied ist ja Nähe von Neuwied, da bin ich früher mit meiner Oma spazieren gegangen und ich habe auch ein neues Vlogging Setup und dann floggen wir schön weiter und passen auf, dass wir nicht die Treppe runterfallen. Ja, ein super Platz normalerweise, wenn es nicht regnet. So, jetzt suche ich noch eine schöne Stelle für die Timelapse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Das heißt, ich habe heute mal Zeit zum Vloggen zu Hause. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Neuwied in Altwied und hier oben, hier hinter mir seht ihr schon, da ist die Burgruine Altwied und da gehe ich heute mal ein bisschen spazieren und werde ein paar schöne Cinematics machen und ein paar schöne Aufnahmen und ich habe auch ein neues Vlogging Setup. Das ist mit meinem iPhone X und oben drauf ist ein rode Videomic und ich bin mal gespannt, weil wir haben ja Wind hier. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Wir werden es nachher sehen, ob das mit dem Ton klappt. Musik 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 Ich wollte auch nochmal Danke sagen für die vielen Kommentare, die ihr immer unter die Videos schreibt und wir sind mittlerweile, ich stand heute bei 52 Abonnenten, das muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hier stürze. Und ich hätte nicht gedacht, wie ich im November den Kanal gegründet habe, dass ich nach einer Zeit, das ist eine kurze Zeit, finde ich, schon 52 Leute für meine Videos interessieren. Ursprünglich ist das ja sowieso als Hobby Video Tagebuch gedacht. Aber wie gesagt, es macht immer noch Spaß für euch immer noch Spaß für euch Videos hochzuladen. So, leider können wir nicht rein, so wie es aussieht. Ist zu, oder? Nein, geht gar nichts, es ist nichts. Wir werden wahrscheinlich nochmal, wenn es schöner ist, im Sommer mal vorbeikommen. Aber ich gehe mal ein bisschen um die Burg rum und mache ein paar Videos. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen durch den alten Ortskern von Altwied, auch sehr schön. Und dann gehen wir ein bisschen an der Wied vorbei, mit einem kleinen Schleif wieder zurück zu meinem Auto. Geil von Altwied Amen. 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 So, und dann sind wir schon. Und da stehen wir auf der Wied drauf. Auf der Wied, über der Wied. Ja, guckt. Ja, ein super Platz normalerweise, wenn es nicht regnet. Schade. Leider fängt es fester an zu regnen und ich muss zurück zum Auto. Ich hoffe, ich habe wenigstens ein paar Shots gemacht. Und jetzt fängt es richtig an. Und jetzt muss ich leider aufhören mit den Aufnahmen. Vielleicht reicht es wenigstens für einen kleinen kurzen Zusammenschnitt. So, das war's für heute. Vlog Altwied, Burg Altwied bei nicht so idealem Wetter. Aber wenn ihr das Video trotzdem mögt, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert unten in den Kommentaren. Lasst ein Abo da. Wir sind momentan 52 Abonnenten mit steigender Tendenz. Und bei 100 habe ich mir vorgenommen, ein schönes, fettes Abo-Special zu machen. Mit einer schönen Verlosung. Da werde ich mir was richtig Geniales ausdenken, was wir verlosen können. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, hier auf meinem Kanal, Franks Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Woher kommen wir denn da? Hm? Okay. Die Katze hat ein Dead Cat oben auf dem Mikrofon gesehen und hat gedacht, bevor ich auch ein Dead Cat werde, verschwinde ich lieber mal. Alles klar. Go.